Sie müssen die Luftwaffe von der Schulter auf umkramen. Es wurden viele Fehler gemacht, als sie unabdingt. Das Leben vergibt keine Schwachen. Die sogenannte menschliche Welt. Es ist eine Schwach, der schweigen Waffen. Mittelt ist eine Ursache. Ich sage immer, Mittelt zu haben mit den Schwachen. Es war Rachen gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das schwache Ausmerzen gibt. Ich selbst habe mir dieses heiserne Gesetz der Natur gehofft. Ich habe die Widerstande, wie die Gegenwärts, der Fremden, das immer bei properer Erte Einzelkeit niedergeschlagen. Anders können wir das nicht machen. Die Waffen zum Beispiel. Die Waffen zum Beispiel. Die Waffen neben Außenzeiter als gemeinschaftsfreundlich tut. Die Waffen gibt es und muss noch in der Höhe der Menschlichkeit. Die Waffen hatte nicht. Die Waffen gibt es und antwortet. Das ist der schlimmste Verrat von euch. Das ist der schlimmste Verrat von euch. Das ist der schlimmste Verrat von euch.